Zu dem Preis gibt es woanders nur die Fußmatten. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Hallo, ich bin Dennis Huchafennig, Trainer von der ersten Herren Glashütte SV. Und ich erkläre oder ich stelle euch mein Spielsystem vor, was wir bei Glashütte momentan pflegen, aber was ich auch sehr favorisiere, nennt sich, wie ich oben geschrieben habe, 4-2-3-1 in der Defensive. Das ist das Grundsystem mit einem Torwart, zwei Innenverteidiger, zwei Außenverteidiger, die eine Viererkette darstellen, zwei Sechser, die heute relativ aktuell sind, dass wir ein Dreier-offensives Mittelfeld haben und einen Stürmer. So stelle ich mir vor, dass wir in der Offensive agieren, weil wir da sehr flexibel sind, ob wir mit einem Stürmer, zwei Stürmern oder vielleicht sogar mit einer Dreiersturmkette spielen können. Wenn wir nicht im Ballbesitz sind und defensiv verteidigen müssen, stellen wir das System um. Da werden wir kompakt in einem 4-4-2-System spielen wir oder würde ich gerne, lasse ich spielen, damit wir wirklich in der eigenen Spielhälfte sehr kompakt stehen, die Räume zumachen, um letztendlich die Null hinten stehen zu haben. Bei Ballbesitz oder Ballgewinn drehen wir das natürlich dann wieder in das 4-2-3-1-System um, was ein schnelles Umschaltspiel dann mit sich bringt. Und insofern denke ich, mit diesem System kann man derzeit sehr erfolgreich sein. Ein anderes System, was vielleicht irgendwann später nochmal aktuell sein wird, wird eine Dreierkette sein, dass wir dann in eine Dreierkette verschieben offensiv und dass wir dann mit zwei Stürmern spielen und ein Fünfer-Mittelfeld haben, das wäre das System, was in der Zukunft vielleicht mal zum Tragen kommt. Das ist aber ein langer Weg in der Bezirksliga. Daran werden wir irgendwann üben und versuchen, das umzusetzen. Weit unter Tarif bezahlt, mault aber nicht. Mieten Sie den Vito für nur 6,90 pro Stunde bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung.